Hey! Hallo! Bonjour! Krampus ist der Lex. Leute, ich finde das was. Aber das hat man echt. Das sind Krampus! Nicht Krampus, das ist Krampus! Wenn man nach dem Mp-Penix-Muffin mag. Mp-Penis! Das hat man echt. Gell, LP. War doch mein... Spät-LP. Vielleicht vielleicht auch duchen, dass wir drei falsche Flöte gegangen sind. Du willst keinen Lust mehr lösen. Ah, scheiße. Jetzt starte ich's. Jetzt proben wir. Das Scheißspiel konnte ich nicht mehr lösen. Oh, du hast sie ja! Wie war es, die sich nicht fortgeschossen? Fuck, mein Mäuse ist am Bild. Geht schon durch, dass ich mich in FDS gelegt. Oh, oh nee, sie level von Andressisch. Nee, komm. Ich will den Kamin haben. Mein Schultern high. Da geht es ganz schön einfach. Ah, scheiße. Ich hab' ein Falle anderes. Guck dir da drin. Guck was, ja. Guck, du. Oh, Hammingen. Den hast immer so viel Niveau. Oh, den Sammels. Ich weiß nicht. Zack kann sofort den Alien-Kamehameha machen. Hattie. Er ist nicht so ein Standard-Ritter. Wie Stotzen. Ja, echt. Ich ging schon am Kasten, du. Ja. Guck. Dem Katscheiser ist mir gesiegt. Ja. Ja. Ups. Andersfach. Guck, guck jetzt mal ein Ming-Magie oder was? Bam! Ja. Ja. Wuuu. Ich fötze. Nein. Mein Muniz, mein Muniz. Ja. Guck mal da mal nen Heu-Trank. Äh. Dirk, egal. Geil. Oh, ich kann nicht spülen. Ich spüle sie immer noch auf dein Job, obwohl alles auf Englisch steht. Ja. D-D-D-D. Falsch, der hat mich schon. Was ist das für jemand? Ja? Du bist total... Total der Beste-Dinge. Äh. Sag mal noch ein bisschen High-Off-Dancen. Ja, Moment. Ich muss immer ein bisschen aufmachen. Ich muss so und dein, ähm... Dein Boas. Ich mein's geil. Ich mein's geil. Hallo? Äh, geil. Mach... Ah. Ich bin die perfekte Karte für den Rick. Näh, näh, näh-näh-näh. Näh. Näh, näh für den Rick, der was. Ah, mein Spiel lag. Ah, mein nur. Jo... Ok. Ich war Internetproblem. Nee, der lag das aus dem Spiel getappt. Hehehehe. Bitte, dass sie so nenher... Oh, scheiße, warum... Ne, ne... Du nicht als, als Waffen können machen, als Rumpurle, ne. Ja, wo das muss schon Waffen wie Levelbegranzungen. Die kann sich das feststellen. Die kann sich das feststellen. Hey, klaut zu stehen. Die sind nicht zu stehen geklaut. Warte, wir müssen den Kinn schuldigen. Huldig den König! Grün noch gehuldig. Ist das genug? Vielleicht ist das ein scheiß Alien. Nein, sie sind da! Wenn du Brokkoli-Warrior machst. Oh, das lässt sich nicht. Ja. Oh! Du sagst nicht, dass du spielst habe. Nein, du bist nicht im Arsch-Kampf-Kampf-Kampf. In den... In den Kampf-Hacks. Also, ich werde immer um ein Schwert gucken. Ich werde immer um ein Schwert. Also, ich probiere ihn ausgelaufen zu bleiben. Nee, also, ich werde 100 Proben Dinge gucken. Mox-Koll probieren aus. Nein, Muni. Das ist kein Muni, das ist geil! Muni! Ah, Muni! Okay, wie geil! Ich kann mir vorstellen, das ist auch immer noch so. Oh, die, die haben... Ja, die haben... Ja, die haben... Ja, die haben... Ja, die haben... Das war wohl nicht mehr. Ah, das ist Mesh. Oh, den hast du schon gut, die Gäft-Angriff. Das war schon so. Das ist Brokkoli-Schwert, eine Hülle. Böse. Ja, mal... Kenn ich Gold von denen hier. Uni! Mach meinen Apfel geklaut, du wickst Biest! Mach dir das gesund. Ich muss gesund leben. Warte, scheiß Alien. Ich kann dir egal, es ist nicht ob gesund leben. Wundert mich, wie habt ihr so einen Sauerstoff-Wut mitkommt. Warte, ähm... Warte, los vor den Eltag kurz. Oder los vor den Eltag, ich denke... Ich probier' mich mit Schwebetaktik zu machen. Ich denke, ich probier' die Meng-Meng Schwebetaktik zu machen. Warte. Warte, warte, wie weit du hast in den Spiel noch gespielt? Äh... Du willst ja mit dem Katzen heulen. Du musst ja nicht schweben, fucking man. Du kannst ja noch das die Helo. Du meinst mit dem Katzen heulen? Ja, nicht so gut. Max, meinst du den Katzen heulen? Hallo! Ich finde das noch fröhliche Musik. Kannst du so krabbel schwer kaufen. Kannst du aber auch? Guck, da hat mich das geminiert. Oh, mehr plus. Okay, da genau. Oh ja. Ich muss das Wimenswert doof sammeln. Das ist jetzt so riesig. Zweitens, wollte ich noch mal gucken. Nee. Wir gehen nicht. Aha. Hihi. Schau mal Giraffe wieder. Giraffe, Giraffe, Giraffe. Ah ja, ich kann sie wirklich holen, weil ich eine Schnecke habe. Aber das ist dreckig, weil du magst keinen holen. Nee, Max, du musst per se... Du musst... Den Halt den Fuhrer, denke ich. Ja, da kann... Okay, dann hol du deinen Fuhrer. Warte, warte. Ja, Lex, pack Giraffe hoch. Jetzt lass ich noch. Ey, ey, ey. Giraffe war's cool. Den hält mich ein bisschen. Ich mein Ge... Ja, ich hab halt den... Den Dings, du schon. Holt, holt, äh, holt Flidermaus. Flidermaus, Flidermaus, so steht ihn noch ab. So, ich hab's nicht. Holt dich, seid doch cool, Heinz. Ich hab' den, hi, hi, hi... Ich mein, mir fehlt noch in Enschländer. Guck, 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 guck. guck, 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 guck. guck, 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 guck. Das ist nass. Den, den, warte, schuld, ne, Feindker, da kann ich auch nur. Das ist in Enschländer, den nicht flied mehr. Ups. Aber, äh. Boing, das hast du da nichts? Du hast, pack, pack sie die Patch fort, da bringt der nicht. Bringt der nicht ab. Da bringt der nicht ab. Ja, Dart oder Flidermaus. Flidermaus fängt schon nicht gerne. Hat er. Flidermaus oder Rambux. Warte, da ist schon ein Schleder. Den Duo ist total nutzlos. Den Duo ist total nutzlos. Den Duo ist total nutzlos. Der möchte nimm, dass die Sachen wie schnell ausgetitelt bekommen. Ne, aber, ich will da... Warte, warte. Dann mag ich schon. Ne, ich will dann... Okay... Dinge... Die Rassel muss nur P, du führst schnell den Pfand. Geht dann mit dem U-Gribe. Ein zu wissen. Aber, hat mich T? Rambux, den stehst du nur mit Leuten im. Der kann die Gehen umstoßen. Ich will dann mal, setz dich einfach, ob die Knapper knabber zu tun. Und der Kardinal hilft, da verstoppt Gehen stellen zu vorne. Der fliegt dann durch ihn da vorne. Dann halt... Nein. Das ist der Kardinal, der muss verstoppt Gehen stellen. Ja. Giraffe geht dann mehr XP. Giraffe geht dann... Giraffe geht dann... Ah ja, äh... Spielmechanik... Eigentlich Spielmechanik... Warte... Ähm... Ball Ball schießen. Okay. Ein Giraffe möchte das... Äh... An dem Spiel heißt doch so, du kriegst XP... Wie treffest du... Du musst dich eh schon nicht killen. Du kriegst einfach pro Treffer eh n XP oder so. Ich will... Du hast noch mein Brokkoli. Ja, Brokkoli. Mein... Ja... Dieseニamente. here... wie levelson Geburt. In Google... Ich kann sowas. Okay Toad als Gehr. Ich kann sowas mal Ja, meh. War das? Ah, mein Schwert würde ich euch 100 Gibt mal schon bis 3 mal G. Ja, da bleib nicht bei dem. Äh, ich mein, du hast noch keinen Sinn. Seht mal jetzt, der das hat und findet das mit Spiele schon. Oh mein Gott, ich brauche Schlüssel! Lollipop! Lollipip! Lollipip! So, so. Ich hatte eh schon den Dänischen, äh, ein Kampf während des Spiels an den Gwynestern. Der kloppt den. Wie viel kann ich deine Tour erlernen? Max, du kannst, äh, ach so, du kannst. Ah, nur vielleicht. Ja, du kannst deine Tour erlernen. Ich würde Glück und das verwenden. Den halten, den halten. Das ist doch in mehr Filmen, das guckt ja was abmöscht, man. Critical Damage, plus für den Vergriff, plus für die Verteidigung. Ich würde, glaube ich, dass das Ganze quitslande, äh, das quitsland mir, haja. So, dass ihr habt quitslande. Da kann ich noch welche, die Kinder vergessen. Zauber willkommen. Da kommst du noch Gras zu schnippeln. Geh ich noch, zu einem Menschen. Oh, ein Ape. Ein Ape, ein Ape, ein Ape, was für ein Gras, realistisch. Waren wir schon. Barbaren Krieg, oder weißt du, war ein Grube. Ich muss manchmal, ob Zeit gucken, oder... ...schneißt du da noch so zusammen? Ich will nicht, ob Zeit guckt. Aufsagen, bestimmt uns will ich levelen, ey. Ey, wir spielen doch einfach nicht, Freunde. Ich da, ich will mit Taktik, Mama. Nee, das geht, ne? Ja. Ja, 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 schwuppitzer. Ich will mit Taktik, Mama. Ich will mit Taktik, Mama. Meist nicht, Taktik. und nun er hat immer auf dem Arsch gesicht wird sie ganz auf Google Ich habe mich nicht mehr versoldert Ich habe mich nicht mehr versoldert Ich habe mich nicht mehr versoldert der stift der stift hat als du bist aber noch zu spaß macht wir damit wir haben uns die wir uns der bloggericht das wird uns schon oft ein arsch gerad galex aber bricht immer entkriegen und die er hat das hat er mir auf jetzt geschoben kristin Ich bin das für den Level von unseren Schützzeichen, als du bald gewonnen hattest. Ja. Ich bin den echten Boss, wenn wir uns nicht schlecht gefangen haben. Das war mega funny. Mal ein bisschen Geld bei dem gefangen. Ich bin einfach nur für den Schützzeichen. Ich bin einfach nur für den Schützzeichen. Diese pisse Lemonskäse! Ich schwenke von uns zu Wochen nochmal, während ich nur Mox und den Level sind. Aber so ziemlich progleich Mox. Der Dünner hast du einfach so Bomben bauen. Nyeow. Ich weiß das Ding, Bomben so. Ja, eh immer so schlecht. Ey, und den CD, das Spiel euer hat... Wow, gleichzeitig Level am. Uuuuh, Synchron-Leveling! Das ist doch geil, wie die... Die kenne ich immer. Ja, guck, du erzählst ihn da. Ich fref nicht. Wir können daheim. Wuhu! Das ist doch nur... Nur am Spiel wird das noch ganz praktisch. Max, du können wir uns auch nicht gleich Mobben. Ne, Max, vergöfte während der Pant. Okay, ich vergöfte ihn dann. Sie werden am Schlo vergöfte. Den gibt es sonst noch am Schlo vergöfte. Ja, okay, ich hätte der Ring gewünscht. Du sollst greifen, oder? Nein, das ist der Ami Chaos. Wie... Das Spiel gehört, wenn du auslässt. Ich bin ein Button Smashing. Was ist das? Ja, Button Smashing und auslässt. Oh, ich suche wie wir jetzt das gerne kurz hören. Mama. Ja. Hey, lasst uns heute für einen Mingen. Ja, und das ist das, was Mama Bean genannt hat. Bein? Von, wie kannst du Ernst? Warte mal, die ist ja längst Dudes. Halt doch mal, die ist ja längst Dudes. Ja, ich probiere mich nicht so gut. Ja, ich probiere mich nicht so gut sind. Ja, ich probiere mich nicht so gut sind. Wie geht's mit den Mädchen? Get out of my way, b****! Oh, das ist wahrscheinlich gross. Das ist auch die Läcks von der größte Stärke. Ich hab dich nicht so gut. Ja, wie ist das? Max, wirst du auch gut? Ha, ha, ha. Oh. Es können drei, eh, mein Skill Groups gestärkt. Droh, sie sind tot. also gestärkt hat und die ab 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 ein wenig außen auch gleich für das Spiel wärst du nur ein bisschen ist vollständig für du nicht mehr Kombo weil für andere Luft hängt geblasen dass wir nur kampf wollen auch gehen nur weil man sie hier ist in der Linie nur weil man sie stärkt immer die Tümer die Gruppe Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Man hat sich für sich bringt andere und ich. Und dann kämpfst du in der Luftgater. Get ready for the Moonies. Oh, da ist Musik, du. Ich will die Rehzeit, lass mich nicht. Ich will die Bomber. Ja, cool, ich will halt beim neunsten helfen. Oh ja! Ich bin mit dem Bomber. Es ist ein ganzes. Es ist so ein hund. Die Kiste von Aliens. Holt euch das, wenn das voll die Höhe ist, knüsch ich einfach einen E-Ton los. Ihr habt gestärkt, Maki. Ahn... Easy, man. Du darfst nicht mehr so schlau an ihn, wenn du ja direkt in den Move an gehörst. Weil sonst heizst du nun eigentlich alles. Obfad gehst du? Ich schwör jetzt. Ja. Ah, nee, Maki, du bist mein Konkurrent. Full-time bulk, man, zin. Oh, einfach das Ding auf. Mach, 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 mach. Ja. Wie se... Die einzig nützliche Dinge sind für mich Elefant und Giraffe, ne? Giraffe für mich schnell zu langen Elefanten, wenn du... Oh, guck auf mich, mach. Watt mich an die Fein. Bring dir mehr Geld. Wow. Also... Oh, da... Da Max, wollst du noch ran? Wollt sie... Wie geht das denn, tu? Wie geht das denn, Hi? Da, ich schau, das hab' weh. Den halten halt, ich den den Hölzerlingern. So, ist auch geil. Wissen. Möchten wir eigentlich meinen... Ich heiß' den Hölzerlingern. Nein, stimmt. Wow, deiner's noch. Aber eigentlich schmeißt du mein' auch, oder? Wie, wenn, kann ich die Scheiß? Ja, ja, eigentlich schmeißt du den mein' auch, oder? Also, probier' den ja. Bis das's noch nicht bringt. Der kackt einfach mal Gold! Was? Und der hat halt einfach Geld geschossen! Ah ja. I can't Jess. ja, du bist ja, du bist ja, du bist einfach Geld ja, du bist einfach Geld du bist einfach zu tun ja, du bist einfach zu tun du bist einfach zu tun du bist einfach zu tun Geld scheiße da passt bei der Sache hey, geht das nicht mehr Geld klar, ey scheiße mehr Geld komm ich kann doch Geld und Scheiße trotzdem mal scheiße ehem da, 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 da nee, wir müssen wo von hin ja, aber heute wir machen das so, als wissen wir nicht, was wir machen müssen oh nee, was müssen wir machen oh, wir brauchen drei Reliquien ok die Engel sind hoch du ey 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 Ich bin hier für mein... Ich meine, ihr will in Berlin.